Moin Leute! Herzlich willkommen hier zurück auf der NF-Marsch. Auf dem Chaos-Kanal bei Svenny. Ja, wir müssen mal verklöppern, aber es lohnt sich auch irgendwie alle nicht. Ich hatte einen Gebrauchtwagen-Shop. Hier, so einen Ballenwagen. Äh, so einen... Ach, das siehst du ja hier gar nicht. Wir fahren jetzt zum Heizkraftweg. Es gibt 200 Euro für Hackschnitzel, aber wir haben so viele Hackschnitzel. Das können wir alle gar nicht behalten. Ich schicke dich da hin. Kies hatte ich noch eine Rutsche verkauft. Die Mission auf Feld 19 hatte ich abgeschlossen. Dann kommt ein bisschen Geld zusammen, aber nicht so viel. Und ich weiß auch gerade noch nicht so genau, wo die Reise jetzt hingeht, ne? Bin ich ganz ehrlich. Ich muss mich da erstmal gucken. Kannst du von hier aus schon alleine fahren? Das wäre ja Premium. Wie gesagt, ich muss jetzt auch erst gucken, wo die Reise hingeht. Das alles hier ist am Arbeiten, ne? Meine beiden Felder hier und die Pappeln hatte ich gedüngt. Ja, wir brauchen noch einen Pappelhäcksler, ne? Ja, Kies verkaufen ist ja auch immer schickifany. Mach ich immer zwischendurch. Ja, der fährt sich hier zu Tode, der kleine Fan, ne? Der ist bald fertig. Ja, dauert. Aber wir müssen auch demnächst mal Flächen kaufen, ne? Dass wir auch Produktion setzen können. Der ist hier unser Feld 7 schon mal am düngen. Ja, wie gesagt. Die Pappel-Ecke hatte ich gedüngt. Muss ich da auch noch walzen? Was habe ich denn da gesät? Habe ich das überhaupt schon gesät? Ne, ich muss mein Feld hier noch sehen, ne? I don't know. Das liegt ja braach. Und ich schicke die Driller auf Mission und Feld 3 ist hier noch gar nicht fertig. Svenny, 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 ey. Muss nicht geflüchtet werden. Kalk auch nicht. Da müssen wir doch gleich noch ein Pflug-O-Martin schicken, ne? Machen wir da. Müssen da Steine sammeln. Also müssen wir da flügen. Ja. Dann werden wir das gleich mal eben durchziehen. Dann das Steine sammeln, ne? Svenny, hast du echt gut aufgepasst, ne? Guck mal, er ist wieder dort. Boah, kann direkt gleich wieder losfahren, ne? Ja. Das wird ewig gemacht. Was sehen wir auf Feld 3? Ich habe jetzt zweimal Soja gesät, ne? Wir müssen unbedingt Steine sammeln, Alter. Wird's nix. Soja? Wir brauchen auch wieder Stroh, ne? Sollen wir mal Hafer säen? Können auch einmal Hafer machen. Ich weiß zwar nicht, ob es sich das lohnt. Oder wir machen Roggen. Was gibt dir mehr Geld? Hofer! Oh, 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 oh. Jetzt sage ich mal Preisänderung. 1.128 und Roggen. Roggen! Oh, 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 oh. 712. Dinkel. 711. To the call. Gibt gar nix. Easy. Die brauchen wir eigentlich für den Kompostmaster, ne? Sonst sehen wir da mal Luzerne, ne? Die war so krisselig für die Performance, ne? Wir brauchen auch wieder Stroh. Da geht kein Wieg dran vorbei. Sveni hat geguckt wegen Feld, ne? Keine Chance im Moment. Wenn, dann brauchen wir ein Grasfeld oder was. Unsere Grasfelder sind auch noch nicht wieder so weit, ne? Aber wir düngen jetzt. Haben wir gerade gesehen. Schicki feini. Hab ich vergessen, ne? Das geht nicht. Den mache ich gleich. Oder beim nächsten Mal. Ich nehme jetzt nur eine Folge auf. Dann reicht es auch für heute. Muss ja auch mal essen und so. So ist der Weg im Moment hier. Viel Arbeit. Nix. Kommt zusammen, ne? Informa. Nehmen wir wieder Verkaufsspinnerei. Gleich, ne? Gibt ja gar nichts an Geld, ne? Aber was willst du jetzt auch immer alles behalten? Ist wie eine Zellstofffabrik kaum. Und dies und das. Guck mal, 9000 Euro. Ist nix. Nix ist das. Sag mal schnell hier. Der ist mal wieder ein Dreschen. Ja, der ist bald fertig, ne? 273.000, ne? Ja, ich hatte hier im Gebrauchtfaden-Shop geguckt, ne? Was bringt denn Zuckerrohr? Äh, wir haben irgendwann mal ein Zuckerrohr in der. Also von der... Ja. Wie lange braucht der noch? 83 Prozent. Und das gibt so ein ordentlich Tolles, ne? Es ist auch nix attraktives drin. Da 3... 76.000, ja. Auch nicht die Welt. Geräte auch klein. Komm. Oder? Ich würde auch gehen auf den nächsten Ingemen-Tag mal gehen, ne? Es lohnt im Moment, ne? Müssen wir uns nix vormachen. Das lohnt, ne? Ja, okay. Wir machen jetzt unsere Flächen fertig. Und dann gehen wir auf den nächsten Ingemen-Tag, ne? Hier ist auch gleich fertig. Dann kriegt er den Düngerstreuer hinter weg. Dann muss der Pflugomord hinter, ne? Es ist eine Düngestufe drauf auf unseren Flächen, ne? Die Pappeln, hatte ich ja gesagt, hatte ich nochmal gedüngt, ne? Die Pappeln hatte ich nochmal gedüngt. Aber ich hab sie nicht gewalzt, ne? Ja, ja. Alles klar. Weiß Bescheid, Svenny. Ja, guck. Ist volle Düngestufe drauf. So soll das. Hier ist auch volle Düngestufe drauf. Da prackeln wir gleich drüber. Ähm. Hier muss ich flügen und Steine sammeln. Oh, ne. Da ist geflüchtigt. Muss nur Steine sammeln. Stimmt. Kollege. Dann tun wir erst mal Steine sammeln, ne? Ganz easy peasy. Wie gesagt, Fläche. Guckt euch die Preise an. Hier. 304.000. Ja. 581.000. Wenn, dann wäre das interessant. Aber 570.000. Ich hab jetzt überlegt, hier so Flächen zu kaufen. Aber ich weiß nicht, wo die Molkerei und so hingehört, ne? Wo ist denn mein Kölzer? Nicht da, wo er sein soll, ne? Oh. So, abflucht den Hof. Du kannst ein Steine sammeln direkt hinter. Ja, das war jetzt unser eigener Dünger, ne? Wir brauchen ja nicht mehr hier. Immer. Kaufen, kaufen, kaufen. Ne, wir können voll machen. Los, brackeln. Flüssig. Dann können wir den nächsten verkaufen. Aber easy peasy, ne? Lass da erst mal ein bisschen was reinkommen. Dass sich das auch lohnt, ne? Damit wir... Ordentlich Kasse machen. Ja, da ist gedüngt. Da ist gedüngt. Die beiden Felder sind fertig. Dann läuft. Dann mach ich den jetzt eben voll. Ja, schön, dass du da bist. Dann gucken wir da gleich mal weiter, ne? Es lohnt sich nichts zu verkaufen im Endeffekt. Das sind Peanuts im Moment. Ich mach den das nächste Mal nochmal wieder mit Kies voll, ne? Guck, eigener Dünger rein. Fertig ist der Lacks. Läuft. Kann ich den wieder wegstellen? Ja, wie sie mähen lohnt sich auch noch nicht. Ich glaub, die muss ich auch nochmal düngen, ne? Oh, ja. Im Moment ist es ein bisschen zäh hier auf dem Marsch, ne? Malochen, malochen, malochen. Und nicht richtig vorankommen. Aber es liegt, glaub ich, auch an der Jahreszeit, ne? Kommen auch wieder bessere Zeiten. Kaptop, achso. Kannst du ja gar nicht abhängen. So, Steunesammler hintergebunden. Ja, Kalk kann man natürlich nicht. Ja, der Missstreuer, der ist im Moment von Nullu, ne? Muss man auch ganz ehrlich sagen. Könnte man direkt verkaufen, aber was wir haben, haben wir, ne? So muss man das sehen. Der ist leer, kalt wird produziert. Das läuft, ne? Da mach ich mir ja gar keine Sorgen drum. Oh, oh, oh. Leck des Todes. Und dann setzen wir die nächste Folge an. Also das nächste Mal. Ja, hier unser Lavendel. Ey, da hoffe ich mir mal richtig Schotter von, ne? Ich hoffe so richtig auf Schotter von Lavendel. Haben wir jetzt schon Steine-Sammel-Kurs? Ich weiß doch gar nicht. Lass uns mal ein Kückerchen machen, ne? Oh, du hast doch den anderen Kurs. Kein Kurs. Das ist doch Feld 3, ne? Ja. Lass uns mal gucken. Normal müssten wir dann Steine-Sammel-Kurs haben, ne? Feld 3. Hier, Steine-Sammel-Kurs laden. Aktivieren. Zurück. Dann würde ich sagen, fahr mal los, ne? So langsam hast du die Kurse drinnen, ne? Jetzt fährt er da hin für 1000 Liter. Und dann muss der Dreschkasten wieder warten, ne? Jedes Mal so. Oh, wir haben den an der Spinnerei. Können wir auch schon mal wieder umfahren, ne? Crazy, oder was? Ach, Mist, der Stechschritt. Ja, guck mal. Ja, Holz ist jetzt richtig fast drinnen, ne? 180.000 Liter sind jetzt im Sägeweg. Können wir jetzt mal mitarbeiten. Ja, wir müssen eigentlich noch Bäume pflanzen. Aber, wie seht's ja, die wachsen ja gar nicht. Bist ja ewig bei. Bis ich wieder Nachschub kriegst, ne? Wahrscheinlich so ein Holzstamm-Ding da noch kaufen. Aber dann braucht man die Raffinerie und... Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Kann ich dann nur zusacken, ne? Aber egal. Ich finde es cool, dass du auch nicht ganz so schnell hier vorankommst. Aber es ist ja auch gesagt worden, die Marsch ist schwerer. Ich finde es cool. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, ne? Mir gefällt das, wie es ist. Muss ich auch dazu sagen. Dass nicht alles so easy peasy geht. Du kannst hier auch richtig Geld machen. Musst halt auf die Zeiten achten, ne? Und am Anfang ist es halt schwer. Es kostet hier halt auch alles ein bisschen, ne? Muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ne? Eigentlich brauchen wir diese olle Werkstatt, aber da musst du für Brot haben und Käse. Damit die Wartung produziert, ne? Tja, wohin setzen, ne? Solange sind wir den Hof klein. Wir können natürlich das eine Waldstück dafür nehmen, ne? Irgendwann, aber dann hast du wieder was mit dem Terrain, ne? Und wir brauchen die Fläche für Wald. Wir brauchen Holz. Sechs schütteln, dann ist das Ding hier voll. Kann der wieder zum Horfen. Gib nochmal wieder 10.000. Klar hätte ich mir auch ein Förderband kaufen können, aber ne, lass mal. Machen wir so. So geht's auch. So geht dir das auch. Ganz gut. Würde ich mal zumindest behaupten, ne? Würde halt dazu schippen. Wird sie auch Kohle haben, ne? So, also langsam könntest du aber auch mal aufhören mit der Wärme, ne? 30 Grad haben wir noch, ne? Und es ist 5 Uhr schon. Brauchst du gar nicht im Bett gehen, ey. Ein paar Tische, der liegt auch wie tot unter dem Küchentisch. Den nehme ich gleich erstmal mit nach unten. Dass der sich ein bisschen abkühlen kann. Ne? So ist das, liebe Leute. Ich sag aber jetzt erstmal danke fürs Zugucken, bis sie hier, ne? Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn's euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.